Und willkommen zurück zu Last Play Starboard! Hello, you! Jawohl! Und alter, ich kann froh sein, dass die Steine auch die ganze Zeit brechen. Und ich hab kein Holz mehr. Immer noch nicht? Ich bin grad in der Schneelandschaft. Was machst du? Gehst du zur Stadt? Nö, aber ich bin grad in der Schneelandschaft, bin nach rechts gegangen. Aber warum hast du kein Holz mehr? Weil ich Holz suchen muss. Ja, aber da fällst du ein paar Bäume und fertig. Ey, ja, hier sind ja keine. Oh. Ja. Ja, das könnte das erklären. So, ich verbrauch jetzt erstmal mein restliches Holz noch und mein restliches Holz verbraucht. Ich nehm da die linke Seite. Boah! Schatz, diese Hasen. Ja, ja, die Hasen sind auch mega störend. Hm, diese schöne Starboard und Musik. Herrlich. Jawohl, bei mir kommt grad so voll die heldenhafte Musik so und ich erklippe grad einen riesigen Schneebeeren. Boah! Ich baue auch mal Doppelschacht. Tja, hättest du wohl gern. Lasset. Na, dachte ich mir schon, dass ihr böse seid. Weg mit euch. Boom. Wie es gematscht ist. Hahaha. Ha, ha, ha. Baumfeld! Weiter geht's. Hm, Doppeljump ist mega. Leck mich. Das hab ich in der Truhe gefunden. Das findet man meistens nur in Truhen. Kann sein, aber ich glaub eher nicht, dass die Kisten Neues bauen. Deswegen müssen wir dann, wenn wir für dich Doppeljump holen wollen, in ne andere Stadt, auf einem anderen Planeten. Das sind wilde Bäumchen. Ey. Hä? Nee. Fail. In die Richtung. Baumfeld! Ja, hier links sind mega viele Bäume. Hier bei mir auch. Ich lasse mich gleich einfach einmal töten. Und dann könnten wir später auch in die Höhle unten reingehen. Nein, die Jaxe gedroppt. Ja, da haben wir noch Kopper. Sauber. Leck mich, Alter. Bist du schon wieder am Kämpfen? Ah, ich seh's. Weißt du, deine Energieanzeige so weit unten zu halten ist aber auf Dauer nicht gesund für dich. Das weißt du? Ich will sowieso gleich jetzt gleich sterben, war davon abgesehen. Ich bin nämlich viel zu weit weg von zu Hause. Und? Dann würdest du dich einfach auf dein Schiff beamen und wieder runter beamen. Oh. Oh. Junge. Mist. Nein. Nein. Oh. Nein. Lass es doch. Ich muss zur Steuerung. Steuerung. Nein. Jetzt wechsel doch zum Hammer. Aber drauf. Auf, geh drauf. Ja. Hm. So, hier haben wir noch einen Baum. Habe ich viele Bäume hier. Wer hat mein Viecher mit meinem großen Hammer zerkloppt. Noch mehr Bäumchen. Jawohl, hier ist auch noch ein Baum. Nein. Wie kann es aber raus, wie wenn so ein Mini-Baumstumpf nur umfällt. Ja, ja. Ja, ich habe voll Schaden bekommen. Tja, abgehängt. Ich bin eh gleich tot. Ich glaube nicht, dass ich noch Bandagen habe. Ich erkunde noch ein bisschen den Planeten. Ja, da kommt der nächste Kamerad. Junge, die Teile explodieren. Oh. Jawohl, hier haben wir auch noch vier Bäume. Hä? Oh, ist dieser Baum groß. Ja, Dave, das ist ein echt großer Baum, der da, der da ist, ja. Hm, klar doch. Oh, hey. Der Mario-Foge. Oh, was bin ich für ein Sniper? Ein schlechter. Nein, nein, geiler. Nein, nein, geiler. Ich habe gerade einen Vogel getroffen, zweimal nicht an der Außerhalb des Bildrande. Zweimal, ja. Zweimal. Ja. Hm, genau. Zweimal war das, ne? Ja, zweimal. Leck mich. Zweimal, der Elf, zweimal. Tschöö. Zweimal. Oh, und den Fallschaden abgewertet. Oh, ich glaube, das reicht jetzt das erste mit dem Holz. Wie viel hast du? Oh. 747. Ja, das müsste hinkommen. Holz, das ist nicht plach. Ja, ja. Oh. Komm, jetzt ist es mal plach. Ja. Mit mir kommt ihr nicht her. Aha. Oh, hier haben wir noch Copper. Im Schnee. Ach, ist das schön. Schon die letzten drei Stück kriege ich auch noch mit. Und das letzte bisschen... Ja. Junge, fliegt der Vogel erstmal so mega weit weg. Ich hab momentan 2076 Holz. Junge, siehst du meine Lebensanzeige? Ich laufe hier die ganze Zeit so durch, werd von Viechern angegriffen und schaffst da rauszukommen. Ich auch. Hast du gehört? Ja, ja. Ich hab über 2076 Holz. Entgelt. Ja. Und ich hab immer noch mega viel Baumstärme. Ich bin erstmal gut gebacken für die nächste Zeit mit Holz. Gut. Ey, Junge, lass mich in Ruhe, du scheiß Hase. Ich hab den Hasen hier gerade gekillt. So, hier haben wir auch noch etwas Holz. Da ist ein Baum. Baum fällt. Hey, ist das Gold? Oh, hier haben wir auch noch Copper. Und das Stück nehm ich auch mit. Goldohr. Sauber. So, wie zieh ich das jetzt da drauf? Einfach nehmen und dann oben auf deine Spitzhacke mit dem mit dem Rechtsklick. Ah, nice. Da unten hab ich Viecher gesehen. Hier ist Gold wenigstens was zu nutzen. Nichts wie Minecraft. Ja, ja. Ich hab Iron Ore gefunden. Gut. Ich baue es mal ab. Mach. Mit Minecraft kann es ja echt für gar nichts gebrauchen. Das ist der Scheiß, ja. Kann man schon gebrauchen für Goldblöcke vielleicht oder so etwas. Naja. Oh, das sind zwei verschiedene. Oh, ist das ein großer Baum. Oh, nicht wieder die Hasen. Nein, nein, nein. Ja. Ich seh nur deine Lebensanzeige. Gott sei Dank hab ich noch zwölf Mandagen. Sie ziehen dann direkt 24 Damage, Alter. Ich weiß. Mega öffentlich für Hasen. Ja. Oh, jawoll. Hier stehen viele, mega viele Bäume an der Schlange. Oh, Alter. Hier auch. hab ich jetzt noch Arme. Nächster Baum fällt. Oh, shit. Ich brauch dringend was zu essen. Noch der Baum, dann ess ich was. soo. Am, 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 am. Kommt noch eins. Ah, ja, ist das gut. Hm. So, 1400 Baum Holz. Der nächste Baum ist gefallen. Und da. Da haben wir noch viele Sachen. Hm, da haben wir noch Copper. Aber in der Erde drin und hier oben noch an der Frischluft. Sieht mir eigentlich aus. Das sind einfach so orange Stücke in der Erde. Bronze halt. so, okay. Ich hab auch schön viele Truhen, wo ich da was reintun kann. Gut. Brauchen wir ja nicht Silber? Ja. Okay, dann behalte ich das. So, so wunderbare Bäume überall. Ja, ja, entgeil. Die ist scheinbar gar nicht kaputt, ist dir erst mal aufgefallen. Ich weiß, tut sie auch nicht. Nice. Ja, Mann. Jawohl, ich glaub, ich bin jetzt in der Stadt. Jawohl. Ey, hier lebt ja noch einer. Ich hab... Ich hab hier grad die ganzen Bäume. Ich nehm die Sachen, die du nicht mitgenommen hast, nochmal mit hier, ne? Ja. Aber nicht an meinem Zimmer weiterbauen. Ich mach's selbst. Ich weiß. Warum soll ich in deinem Zimmer weiterbauen? Das weiß ich. Ich baue meinem eigenen Zimmer weiter. Ey. Nicht schon wieder dieser verkackte Hase. Tja, friss meine Klinge. Ey, jetzt wird es schon wieder dunkel. Junge. Fliegende Hände nie mit Munition ballern. Aua. Ich weiß. Mega. Scheiße, ich sehe gar nichts. Geh einfach durch. So. Ah, hier haben wir noch ein paar schicke Sachen. Mit der Dave. Schmeiß dir einfach seine Erde mitten rein. Also wirklich. Tschö. Tschö. Ah, hier haben wir noch ein paar Sachen. Ich hab extra ein paar da gelassen. Oh, ein Kronleuchter. Oh, ein Kronleuchter. Äh, ist der neu? Der wird sich gut machen. Tschö. 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 Tja. Schränke können wir auch gut gebrauchen. Boah, leck mich Freda Maus. Ich find die Pelze so geil. Die sind irgendwie geil. Wenn man die sich da irgendwo hin tut. Ja, hier haben wir auch noch schicke Sachen. Aber von diesen grünen pflanzlichen Lampen ist nichts mehr da. Ach, Junge. Während der Dave. Ich hab grad voller Kiste. Und der Timer meldet sich. Die Zeit ist um. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play. Da bauen. Immer am Kacken ist. Tschö, Leute.